Dann schauen wir uns mal die Hauptbahnhof hier an. Mal sehen, ob es so ausschaut. Wieder gerne die Küche in den Hauptbahnhof. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Das war's für heute. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Uh-huh. Huh? Oh Achso, jajaja Wrong way Jamon Wollen wir mal durchrennen? Wollen wir mal durchrennen? Wollen wir mal durchrennen? Bin ich gerade dumm? Bin ich gerade mega dumm? Wollen wir mal durchrennen? Wollen wir mal durchrennen? Hä? Wie bin ich nach oben gekommen? Ja? Wollen wir mal durchrennen in den Augen? Ja? Wollen wir mal durchrennen? Wollen wir mal durchrennen? Wollen wir mal durchrennen? Wollen wir mal durchrennen? Wollen wir uns wieder auf Ach ich hätte einfach Einfach geradeaus durchschreden müssen Ach ich habe WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR jetzt kommt ich hier nicht raus weil der einfach viel zu fett ist Das war's. Das war's. Erhöht den Schaden, der Menschen zugefügt wird. Da laufen ja auch so viele Menschen hier rum. Okay, da schauen's weiter zu gehen. Oh, Shortcut. Nope. Okay, cool. Okay, cool. Okay. Okay, cool. Ich bin fast runtergefallen. Okay. 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 윽1. Okay. Mal Corner 384. remembered as接 up. Okay. Good. Okay. 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 Ey, hier bin ich doch aufgewacht. Ich glaube, die großartigste Puppe vervollkommend... Was? Was stand da? Nun, wieder dieses Kind. Aha. Hä? Und jetzt? Und jetzt? Magier ist geradezu nichts fähig. Das kenne ich. So geht es mir auch immer. Von morgens bis abends. Von abends bis morgens. War gerade voll weggesound. Wie? Try. Nimmst du etwa Drogen? Ich habe einen Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, wohin. Nur Kaffee? Rech. Aber ich trinke keinen Kaffee. Scheiß, Mann. Ach, hier. Geil. Boah, ich habe richtig Kohldampf. Bin es echt nicht gewohnt, so wenig zu essen. Oha. Oha. Ey, das ist kein Regenschirm. Was ist das eigentlich für eine Waffe? Griff des Krummschwerts einer Tänzerin und Klinge eines Ehrenspeers. Das ist eigentlich ein Speer. Ich habe das irgendwie, äh... Ich habe ein Experiment gemacht. Und habe mal an den Griff reingefangen. Weil ich so einfach alles demoliere mit einem schweren Lange. Ich verstehe gar nicht, warum, warum die Leute meckern, dass das zu schwer sein soll. Mega easy. Hm. Wer bist du denn? Ruhig dich. Ha 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 ha. Ich bin so down. Ja, da ist aber sehr viel live. Nein! Oh, ich bin so dumm. Einfach vier Slots verballert. Boah, wie frisch. Was ist das? Aha, komm mal her. Oh! Oh! Ah, ich hab's kapiert. Ich will nicht sterben. Ich wollte doch nur einen vollen Bauch. Wollte die mich auffuttern? Oh, ich bin doch ne Puppe. Ich schmeck doch gar nicht. Krank einfach, krank. Try, warum du sein wach? Oh, guck mal hier. Da muss ich hin. Oh! 100 Pro kommt gleich wieder im Bossfight. Weißt du auch nicht? Ja, das ist, das ist lieber. Also, den hätte man jetzt natürlich auch besser platzieren können. Das arme Schweine, ey. Hätte ja nichts machen können. Warum steht er ja auch so? Hallo? Macht doch absolut keinen Sinn. Muss doch dahin gucken, ob da jemand herkommt. Aha. Schmellerling. Es greift mich an. Stabilisierter alchemistischer Booster. Ich hab auch keinen Bock mehr. Ich habe auch keine Ernestung auf dem Weg zu haben. So. Das alles ist besser. Wollt ihr! Das alles ist besser. Puck mal. Das ist besser. Das alles zu gucken. Okay, hier war es verschlossen. Und da ist ein Zeichen. Denk an den Metallengel. Wir sind einfach auf einer Reise, die seinen Spuren folgt. Trägeramulett plus eins. Oh, das ist ein Maxgewicht. Dem Taschendieb, der zu viel Vertrauen in ein Glücksspiel hatte, wurde das Herz gestohlen und er starb. Aber das war es. Mehr bekomme ich hier nicht. Faurig. Faurig. So. Kann ich mir noch einen Upranger pullen. Und Quarz. Quarz, Quarz, Quarz muss ich vergeben. 27k. Kann ich vielleicht sogar 2. Da ist, da. Der Wolf ist da. Ich soll mit dem Wolf reden, aber ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe den nicht gefunden. Nein! Ich habe... Ah, das war der Freund von ihr, den ich umgelegt habe. Oh, Scheiße. Elite, moin. Ist er schon wieder wach? Das heißt, die großen Exhibitionen. Mein Gott. Ich wusste, wir sollten nicht in diese Stadt kommen. Warum hat Atkinson so zu sterben? Das sollte nie passieren. Und was ein Weg, zu sterben. Grimm-Tidings. Ich... Da fehlt mir noch was. Hier ist der Wolf auch nicht. Da ist er! Er will mich immer immer an den Rasker, der... Let die Verpflichtung für den Krieg, ich sage. Eine große Wehpung, die für eine große Waffe... Hm. Oh, mein Gott. Let me... Eine Zeit... Ich habe nicht... Was hat diese Welt gekommen? Vielleicht sollte ich... Eine große Wehpung... So. Äh... Ergo eines puppenfressenden grünen Jägers. Zwei Drachenschwert. 107 plus 114. Sturm aus Schwertern. Drei Zack des Bundes. Was haben wir noch? Wutangriffe ausweichen verfügbar. Eigentlich habe ich ja meine Schwerter jetzt. Ich möchte eigentlich kein neues mehr haben. Scheiß drauf. Ich nutze das jetzt einfach. Okay. Okay. Twins kommen. Der wird sein. Dann lasst das hier. Dann lasst wir ihn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ausdauerverbrauch für Ladungsangriff Ausdauerverbrauch bei Entladung verringern Oh, come on Alright Whatever choice No matter what, welcome Bye Weiter im Text Next Äh, ja bin ich schreuer. Bin ich dumm? Achso, hier lang, genau. Öp. Wieder gar nicht raus. Da geht es auch nicht lang. Da geht es doch wieder zum Hotel. Da geht es doch wieder zum Hotel. Da geht es doch wieder zum Hotel. Oh Gott! Ah! 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 Ja! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist denn jetzt los? Kopf eines Spulen, Mjolnjes. Oha. Du bist nicht du, wenn du nicht Kratos bist. Das war's für heute. Das war's für heute. Oho. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich hab den dreimal perfekt geblockt, juck den nicht. Viermal. Wow. Ich hab den Schein, ich hab den Schein, ich hab den Schein. Wurzelt zum Hotel. Waffe auf werden. Vollmondstahl. Schau mal, Sichel-Mond. Ordentlich. Da muss ich immer noch abranken. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach Simon Passt nur für schöne Sachen Militärschaufel Was ist das? Nein Der erste Teil ist abgerissen So lebten ein Grad an Techniker, der die drei freundlichen Puppenbrüder schuf Ein Alchemist, der Puppen zum Leben erweckte Ein Stalker, der missratene Puppen wieder in Ordnung brachte Die drei Brüder bauten den Werkstatt-Turm Der Handwerker und fertigten phänomenale Puppen Okay Einstürzendes Grad Woa This used to be the workshop's transportation base, close to Crott's central station Maybe that's why the puppets were so hellbent on attacking the place during the frenzy But I didn't see it myself I didn't know the scale of it So let's add that earthquake to our list of strange and bizarre happenings in Crott and keep moving Warte was stand da Irgendwas wichtiges glaube ich Die Welt stirbt dutzende Male am Tag, höre ich Nachrichten über die Epidemie Sollte ich dich zudem nicht sehen können, könnte ich ersticken und sterben Ich warte heute Abend wie gewohnt am Schild auf dich Ich brauche was gegen Störung Stimmt, ich kann jetzt noch ein Amulett tragen Erhöht Widerstand gegen Störung, Schock und Brechen So, nehmen wir nochmal Röht Drug Oha, Elphine, danke schön für deinen Raid. Ich hab vorhin in der Pause mal bei dir reingeschaut, hab ich selber Bock bekommen auf Call of Duty, ey. Ich hoffe du hattest Spass. Hast du Singleplayer gespielt oder Multi? Nice. Ich glaub das mach ich ja auch. Kannste ja nachher nach glaub ich durchballern bis äh die Kampagne. Bevor die Raserei hier wieder los geht. Oh. 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 1.200 hat er nur gegeben, sonst nix. viel spaß, fahr vorsichtig und noch geht es weiter sehr viel viel spaßig. 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 Da geh ich gleich hin. Oh, ich hab so Hunger. Äh. Äh, ich würd's mal in Ergo, Alter. Was ist hier los? Okay, jetzt will ich auch mal in Ergo los, toll. Scheiße. Gigi, äh, Gamesound war zu leise. Soll ich dir da mal einen Tipp geben, Delfin? Wie du das am besten pegelst? Verdammt, ey, Mann. Ähm, du weißt ja, bei OBS siehst du ja deine Pegel, ne? Dein Mikrofonpegel. Und dein Desktop-Soundpegel. Also Gamesound. Du schaust erst mal, dass du mit deiner Mikrofon-Lautstärke so ungefähr bei minus 5 Dezibel ankommst. Also im roten Bereich ankommst. Mitte vom roten Bereich. Ne? Das siehst du ja. Also, redest ganz normal im Mikro rein und dann guckst du, guckst deine Lautstärke an, dass du in der Mitte vom roten Bereich bist. Und dein Gamesound stellst du immer so ein, dass es an der Grenze um grün ist. Und dann hast du die optimale Lautstärke. Das kannst du so als Indikator nehmen. Ich bin gleich tot wieder. Ach du Scheiße. Scheiße, Mann. Das macht es einem echt nicht leicht hier. Hm. Aber du musst dann halt auch wirklich gucken, ne? Zum Beispiel bei so Shooter und so. Da musst du gucken, wo es hochpegelt, wenn du am Ballern bist und so. Wenn da die Kacke so am Dampfen ist. Du brauchst einfach, wo es im Spiel am lautesten ist und dann stellst du es ein für, wo du es. Und dann ist es fertig. Nicht da hoch. Äh. Das macht absolut keinen Sinn jetzt hier. Und dann schnell reinlaufen. Und dann schnell reinlaufen. Ja. Ja. Ah. Ich weiß, was ich jetzt hier brauche. Aber ich habe noch zwei davon. Warum kriege ich Störungen damit nicht weg? Spezial Status Line, ich glaube, das ist das. Ich weiß, was ich hier brauche, was ich hier brauche. Ich weiß, was ich hier brauche. Ich weiß, was ich hier brauche. Ich komme nicht rum. Ich habe einen Ersatz, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich weiß, was ich hier brauche. Ich weiß, was ich hier brauche, was ich hier brauche. Ich weiß, 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 was ich hier brauche. Was ich hier brauche. Ich weiß, 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 was ich hier brauche. Ja, checkst du sowas immer vorher in der Aufnahme. Also mach eine Aufnahme. Und dann guckst du, ob das passt mit der Lautstärke. Ich mach das auch so. Also obwohl ich da jetzt so quasi meine blaue Pause habe bei den Soundeinstellungen. Gehe dann halt einmal ingame. Nehme kurz auf. Ich glaube es noch ein bisschen was. Nein, 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 nein. 500 hat er nur gegeben. Warum tue ich mir den ganzen Stress hier an? Hm. Ach du Scheiße, der ist explodiert. Was? Toll. Erzähl gerade, Versorgungskiste. Nice. Halt. Hä? Halt. 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 Halt.